So, stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie haben ein Kundenkonto bei Lotto und spielen online oder über die App ab und zu, aber doch regelmäßig. Und dann kommt ein verregneter Mittwoch. Kugel Nummer 1, da eignet eine Schnapszahl und das ist die 33. Sie tätigen also ahnungslos an diesem verregneten Mittwoch ein paar Überweisungen und sehen eine Zahl, die so groß ist, wie Sie sie noch nie auf einem Kontoauszug gesehen haben. Kugel Nummer 2 ist die 12. So geschehen oder ähnlich in NRW. Und genau diese so große Zahl lautet 9.783.000 Euro und das bekommt eine Tipperin oder ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Glückwunsch. Kugel Nummer 3 ist die 13. Tja, da sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Neuzugang zum Lotto-Millionär. Ja, was ein riesengroßes Glück und es kommen noch zwei dazu. Knapp 1,8 Millionen Euro für den einfachen Sechser im Lotto. Kugel Nummer 4 wieder in die Schnapszahl, die 44. Ja, da wird es der Lotto-Community richtig warm ums Herz. Und wir zeigen uns natürlich ganz solidarisch und freuen uns mit den Neumillionären. Kugel Nummer 5 ist die 49. Apropos warm, ne? So ein bisschen Lotto mitfiebern bringt uns ja auch richtig in Schwung. Und auch eine Million Euro, die wir heute zu vergeben haben, kann uns auch richtig in Ballung bringen. Kugel Nummer 6 ist die 4. So, hier liegen sie, unsere sechs noch heißen, frischen Zahlen. Die reichen. Ja, also, dass wir noch mal ein bisschen was anhamstern. Aber das wird unsere Superzahl entscheiden. Und sie steht fest. Und das ist heute die 6. So, dann schauen wir uns alle eben gezogenen Zahlen in der Übersicht gemeinsam an. Zum Mitschreiben, hier kommen die Lottozahlen 6 aus 49. 4, 12, 13, 33, 44, 49. Und die Superzahl ist die 6.